Theater für alle. Wie Zirkus. Theater von Menschen für Menschen. Ja, es ist echt immer wieder faszinierend. Man zieht ein Kostüm an und ist ein anderer Mensch. Die entscheidende Frage ist doch, wer bin ich? Ich meine, wer bin ich wirklich? Was ist der Kern meiner, unserer Existenz? Bist du wirklich ich? Klar bin ich ich. Soll ich denn sonst sein? Du etwa? Nein, nein, klar bist du du und ich ich. Oh, das ist echt nur. Seit Jahren arbeite ich an diesem Dreck. Wirkung steht immer vor, echt. Sagt der, der nie echt ist. Es war eine ganz zauberhafte und großartige Zusammenarbeit. Sehr intensiv mit den lieben Kollegen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ein Traum, einmalig mit mir. Ich würde mich so gern einmal küssen, doch dafür würde ich mich erst mal finden müssen. Vielleicht könnte ich mich in mich verlieben. Ich güven sie immer vor, echt. Es war nicht so gern, glaube ich. Und es war das sehr vielson hash, aber. Bleib mir noch. Hö, von euch! Die Zeitериaten Sailor! Das war ein Leadership- Yarbrück! Wie geil ist aber auch wütend? ahlt die Frage? Vielen Dank.